Hi Freunde, hier ist Anja von Beach Inspector und ich befinde mich gerade auf Formentera. Ich bin gerade im Nordosten der Insel an dem Playa Es Pujols und das ist ein wirklich sehr schöner langer Strand, der touristisch sehr gut erschlossen ist. Ihr habt hier eine sehr lange Promenade, wo ihr wirklich sehr viele liebevoll eingerichtete Cafés und Restaurants findet und wie ihr im Hintergrund vielleicht auch seht, gibt es hier eine Tauchschule. Mir weht doch gerade heute ein ziemlich kräftiger Wind um die Nase. Da könnt ihr Windsurfen lernen oder als Profis auch euch einfach mal ein Brett ausleihen.